So bekommt dein Moped 6 PS mehr in maximal 20 Minuten. Zunächst brauchst du einen 6mm Bohrer und 8mm Fräser. Dann beginnt man das Vorbohren der Kanäle mit dem Bohrer. Anschließend glättet man die Kanäle mit dem Fräser. Danach widmet man sich dem Einlass und baut diesen auf 19mm auf. Zum Schluss baut man den Auslass innen auf 26mm und außen auf 28mm auf. Und fertig!